Hallo, heute gibt es meine Juni-Beauty-Favoriten im Jahr 2013. Jetzt habe ich es irgendwie total verquer gesagt, aber egal. Ich habe diesen Monat keine Pflege dabei, einfach weil sich überhaupt nichts geändert hat. Aber was Make-up angeht, habe ich so ein paar Sachen, die ich glaube ich noch gar nicht gezeigt habe. Ich fange mit der Basis an. Und zwar habe ich in diesem Monat nicht so gute Haut gehabt. Irgendwie lauter kleine Pickelchen bekommen, auch an Stellen, wo ich sie eigentlich nicht bekomme. Und das ist immer so ein Zeichen für mich, das hier rauszuholen. Und zwar meine Mineralpuder. Und das ist einmal, wenn ihr mich länger kennt, kennt ihr das. Das Laura Mercier Mineral Powder in der Farbe Natural Beige. Und das hier ist das Lily Lolo, die Mineral Foundation in der Farbe Popcorn. Das habe ich mal von so einem Naturkosmetik-Shop zugeschickt bekommen. Eco-Werde heißt der, Eco-Werde. Und nicht so gemocht und deshalb auch nicht gezeigt. Aber da das mir jetzt nicht mehr perfekt genug war, habe ich die beiden gemischt und das war echt ein guter Mix. Von der Textur mag ich die Laura Mercier Foundation einfach viel mehr, weil es ganz leicht ist auf der Haut, aber man es schichten kann und dann sehr gut deckt und es so einen Glow hat. Also es gibt euch einen Glow, wo das ein Puder ist und das finde ich halt wirklich einzigartig. Das hat man bei dem nicht. Ich finde, das hier ist so ein Standard Mineralpuder. Kann man sehr stark deckend bekommen, manchmal schon zu krass deckend. Es ist jetzt kein Glow, es ist eher ein mattes Finish. Und beides zusammen ergibt dann so ein ganz wenig schimmeriges, nicht schimmeriges Bild, aber so ein bisschen glowy, aber nicht zu viel. Warum ich die gemixt habe, das ist mir zu rotstichig und zu dunkel gewesen. Vor allem im letzten, also im Mai und im Juni auch noch ein bisschen, aber vor allem zu rotstichig. Und das hier ist sehr, sehr schön gelbstichig und heller. Und beides zusammen ergibt die perfekte Farbe für mich im Moment. Einige von euch haben immer gesagt, mein Hals wäre so gelb. Es ist einfach, mein ganzer Körper ist gelb, nur mein Gesicht nicht, weil die Foundations nicht gelb genug waren. Also falls ihr eine sehr gelbstichige Foundation kennt, gebt gerne Bescheid. Ich glaube, die Bobbi Brown Foundations sollen ganz gelbstichig sein. Und ich mag das eben sehr gerne in solchen Momenten, weil dann zumindest klar ist, dass es nicht mehr von der Foundation kommen kann. Weil da einfach nicht so ein Mist drin ist und die Inhaltsstoffe sehr, sehr überschaubar sind. Und dann kann ich halt schauen, wenn es nicht besser wird, wovon kommt es genau. Dann habe ich in diesem Monat ein Bronzer, beziehungsweise für die meisten Konturpuder für mich entdeckt. Von dem ich eigentlich dachte, ich mag es einfach überhaupt nicht. Ich hatte es auch schon mal probiert und zwar ist das Hula von Benefit. Also für die meisten jetzt überhaupt keine Überraschung. Nichts Neues, aber für mich schon. Ich habe das in diesem Set The Bronze of Champions bekommen. Und das ist so ein Set bestehend aus, hier ist es hinten drauf, The Real Mascara, Hula Bronzer, What's Up, Highlighter, Thanks a lotte, Lidschatten, also Puder Lidschatten, Bikini, Teenie, Creme Eyeshadow, Creme Lidschatten und dem Hula Lip Gloss. Und ich habe natürlich alles probiert, war aber einfach diesem Hula gegenüber nicht so herzlich eingestellt. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt mal zeigen. Das hier ist Hula. Und ich hatte in Erinnerung, dass er extrem schlammig und kühl war. Er ist aber warm und hat so einen Orangestich, so peachy-orange. Und das ist ja eigentlich genau mein Schema. Ja, deshalb habe ich mich gewundert, was da los war. Und dann habe ich ihn benutzt und ich finde ihn grandios, weil er den ganzen Tag hält. Er das Gesicht, ich finde ihn nicht so toll als Konturpuder, also benutze ich sowas, ich benutze sowas nicht. Aber zum Bronzen, weil er einfach dieses warme, total schönen, warmen Unterton hat. Und wie gesagt, den ganzen Tag hält. Und das ist bei mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich ja den ganzen Tag unterwegs bin. Und ich muss auch dazu sagen, die Foundations zusammenhalten wirklich ewig. Und das war eigentlich egal, welchen Bronzer ich drüber gemacht habe, er hat den ganzen Tag gehalten. Was sehr gut ist. Aber auch mit einer anderen Foundation hat dieser Bronzer den ganzen Tag gehalten. Und das rechne ich ihm wirklich hoch an. Übrigens, falls ihr irgendwie einen Look haben wollt, mit diesem Set oder so, weil das ja eigentlich schon dazu animiert, alles zusammen zu benutzen und das ja eigentlich sehr schöne Brauntöne sind und das ja genau mein Ding ist, könnte ich mich, wenn viele von euch das wollen, mal daran versuchen, da irgendwie was draus zu zaubern. Also gebt Bescheid. Dann kann man vielleicht auch eher überlegen, ob man sich das Set kauft und nicht die einzelnen Produkte, weil das preisleistungsmäßig ja doch schon um einiges günstiger ist. Aufgetragen habe ich Bronzer in diesem Monat ausschließlich mit dem Zueva 101 Luxe Face Definer. Und der sieht so aus. Also eigentlich ganz weiß, aber in meinem Fall ist er jetzt doch schon ziemlich braun. Den habe ich vor einer ganzen Weile von Zueva zugeschickt bekommen mit anderen Produkten. Deshalb weiß ich gar nicht, ob es den noch gibt. Ich habe den aber nie so richtig benutzt. Also ich habe ihn einmal am ersten Tag benutzt und fand irgendwie, dass er nicht so weich ist. Ich habe ihn dann weggetan und dann war irgendwann mein Blush Brush von Real Techniques dreckig und ich habe den hier benutzt und dachte, krass, der verblendet total gut. Und dadurch, dass er halt auch so ein bisschen spitz zulaufend ist, aber ansonsten sehr bauschig aufgebaut, ist er eben sehr, also er macht keine harten Kanten, sondern verblendet sehr weich, aber eben auch sehr gut. Es wird nicht fleckig oder streifig und er ist auch relativ groß. Das heißt, man kann große Flächen einfach mit Produkt bedecken. Und er ist nicht so weich wie die Real Techniques Pinsel. Und da ich daran gewöhnt war, war mir das irgendwie zuwider, aber eigentlich ist er schon sehr, sehr weich. Was ich ihm auch eher zur Seite gelegt habe, war, dass er aus echtem Tierhaar ist. Ich weiß nicht mehr welches, ob das Ziehenhaar war oder so, aber ich mag lieber synthetische Pinsel. Ich habe übrigens versucht, alle Favoriten von diesem Monat auf mein Gesicht zu klatschen oder wo auch immer sie hingehören. Deshalb, also die Mineral Puder, Mineral Puder habe ich aufgetragen und auch den Hoola Bronzer, halt als Bronzer benutzt mit dem Pinsel, den ich euch gerade gezeigt habe. Und auch das nächste Produkt trage ich auf meinen Lippen. Und zwar ist das ein Lippenstift von Rimmel. Das ist einer von diesen Kate Moss for Rimmel Lipsticks und es ist der Lasting Finish bei Kate Lipstick in der Farbe 22. Ich weiß nicht, ob der noch einen anderen Namen hat. Ich weiß, es gibt zwei verschiedene Kate Moss-Richtungen. Einmal die roten und einmal die schwarzen. Eine Reihe davon ist matt, aber ich glaube, der nicht. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Aber was ich sagen wollte, ich finde diese Farbe unglaublich schön. Total schmeichelhaft, wenn ihr einen warmen Unterton habt. Bei mir ist es ganz oft so, kühle, pinke Töne finde ich total schön, lassen mich aber irgendwie komisch wirken und passen einfach nicht so gut zu meinem Hautton. Und dieser Ton ist ein sehr warmes, neonknalle Pink. Was ich ganz krass finde, ist an diesen Lippenstiften, dass sie nach Melone oder so riechen. Also wie so ein Melonen-Bonbon. Also nicht wie richtige Wassermelonen oder so, sondern eher wie so ein Melonen-Bonbon. Gallia oder Honigmelon oder so. Richtig lecker. Das ist natürlich auch ein Plus auf den Lippen. Und was ich ganz toll finde, ist das Tragegefühl. Die halten den ganzen Tag. Ich war gestern von, ich glaube, 11 bis um 20 Uhr in der Bibliothek. Habe zwischendurch eine Mittagspause gemacht, eine Kaffeepause gemacht, geredet und so weiter, getrunken. Und am Ende des Tages war er immer noch da. Ich habe ihn, glaube ich, einmal nachgetragen. Aber auch nur, weil es in der Mitte ein bisschen abgegangen ist durch das Trinken und auch durch den Strohhalm. Ich finde den wirklich unglaublich gut und der ist echt nicht so teuer. Ich habe den damals auf dem Event in London auch bekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es den auch bei Asus gibt, wenn nicht dann, wie gesagt, in Großbritannien. Den letzten Favorit habe ich leider nicht aufgetragen, weil ich den zweiten Nagellack, es handelt sich um Nagellack, aufgetragen habe und zwar Essie Blanc, aber in zwei Schichten. Diesen hier habe ich in einer Schicht probiert und ich muss sagen, er hat in einer Schicht gedeckt. Er war total flüssig und ich dachte, er wird auf jeden Fall nicht deckend sein. War er aber und er hat mit normalem Base und Topcoat keine außergewöhnlich guten. Fünf Tage ohne Spittern gehalten und am sechsten Tag hat er ganz langsam angefangen mit Spittern. Und das ist für eine Nagellack finde ich sehr, sehr gut. Ich bin total zufrieden und erleichtert, weil sie natürlich nicht besonders günstig sind. Ja, aber ich finde die Farbe ganz, ganz toll. So ein Orange-Rot ist ja so ein Dupe zu dem Holiday von Chanel. Und ich bin total zufrieden mit der Qualität, mit der Farbe, kann ich euch die nur empfehlen. Die kosten, glaube ich, so 8 Euro bei dem. Und das war es zu meinen Beauty-Favoriten für diesen Monat. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Mich würde natürlich wie immer interessieren, was waren eure neue Anschaffungen und neuen Favoriten für diesen Monat. Ich bin immer offen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!